Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. M. R. Watkins, Kleide, ich glaube nicht, dass Sie das wirklich tun wollen, hob ich die Augenbrauen. Und warum Dotz? Ich weiß, dass es natürlich ist, sich rächen zu wollen, aber ich weiß auch, dass es eine gefährliche Reaktion ist, die garantiert nach hinten losgehen wird. Langsam drehte ich meinen Kopf nach rechts, um Ammy zu betrachten, die den Kopf gesenkt hatte und ihr Bestes zu geben schien, um bei der aktuellen Diskussion unbedeutend zu erscheinen. Nachdem ich sie einige Augenblicke lang angeschaut hatte, blickte ich wieder zu D. R. Karens und bemerkte ihren lästigen Versuch eines freundlichen Lächelns. Ich bemerkte auch das Fehlen der Ringe an ihrer linken Hand. Sie war eine attraktive Frau, etwa in meinem Alter, aber in den letzten Wochen hatte sie meine Geduld auf die Probe gestellt. Nun, Dotz, gähnte ich, ich bin sicher, ich weiß nicht, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass das gegen mich arbeiten wird. Ich kann mir das einfach nicht als mögliches Ergebnis vorstellen. Nun, sehen wir mal. Was Ammy getan hat, war egoistisch und falsch. Rache ist auch egoistisch und falsch, aber sie ist auch ein rein bösartiger Angriff. Ammy hat dich nicht angegriffen. Rache würde Ammy wissen lassen, dass du nur daran interessiert bist, ihr im Gegenzug wehzutun, was bedeutet, dass du keine Liebe oder Sorge für sie oder die Ehr hast. Ich denke, die Tatsache, dass du hier bist, bedeutet, dass du dich sorgst. Und sorry, Dotz, Sie haben wahrscheinlich vergessen, dass ich die Scheidung eingereicht habe, erinnern Sie sich. Ich bin hier, weil Oelteltfeitful, eine Anspielung auf den Namen Loyal Oelteltmann, den Namen einer Notaufnahme im Yellowstone Nationalpark, um Konsultationen gebeten hat und das Gericht es für richtig hielt. Wir müssen jedoch gemeinsam daran arbeiten, das Vertrauen wiederherzustellen, und das wird natürlich schwieriger sein, wenn sie das Vertrauen in sie verliert. Was, wenn sie beschließt, dass ihr Versuch, sie zu verletzen, mehr ist, als sie verkraften kann, und beschließt, die Ehe zu verlassen? Ich lächelte sie an. Das käme mir furchtbar heuchlerisch vor. Was denkst du, Ammy? Würdest du unsere Ehe aufgeben, wenn ich eine Affäre mit einer anderen Person oder vielleicht mit vier anderen hätte, und zwar mehr als einmal? M. R. Watkins, die beste Rache ist es, sich zu weigern, seine Würde oder seine Prinzipien aufs Spiel zu setzen, anstatt sich auf ein solches Niveau herabzulassen und aus Rache eine Affäre zu haben. Ich danke Ihnen, Dotz. Ich verstehe Sie, aber ich habe keine Antwort auf die Frage gehört, die ich meiner Frau gestellt habe. Komm schon, Ammy, warum beteiligst du dich nicht an der Diskussion? Wie sollen wir unsere Ehe reparieren, wenn du dich weigerst, die schwierigen Fragen zu beantworten? Wenn ich mit vier anderen Frauen schliefe, jede mehrmals, um den Punktestand auszugleichen, würdest du uns dann als gleichberechtigt betrachten, oder würdest du denken, dass wir am Ende sind? Ammy schnitt eine Grimasse. M. R. Watkins, ich. Mo, um Gottes Willen, Dotz, nennen sie mich Kleide. Das ist kontraproduktiv. Und ob sie sich nun entscheiden, unsere Ehe zu retten oder nicht, ihr Selbstwertgefühl, ihre Selbstachtung und ihr Glück werden Ihnen erhalten bleiben. Niemand sollte dir das wegnehmen können. Lassen Sie sich nicht auf ein negatives Verhalten ein, das sie auf dieselbe Stufe wie Amis und Treue stellt. Erheben Sie sich und konzentrieren Sie sich auf Ihre größte Stärke. Sich selbst. Sich selbst stärker, glücklicher und selbstbewusster zu machen, ist möglicherweise die beste Rache, die du jemals bekommen könntest und die einzige Schoße, die Probleme in unserer Ehe zu erkennen, die Ammy überhaupt erst dazu gebracht haben, dich zu betrügen. Verrat, sagte ich leise. Entschuldigung, fragte D. A. Karens. Verrat? Im Plural. Sie hat mich mehrmals mit mehreren Männern betrogen. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne das Thema der Diskussion etwas ändern, nickte D. A. Karens. Ammy, ich werde später auf meine Frage zurückkommen, sodass Sie sich etwas Zeit nehmen können, um über Ihre Antwort nachzudenken. Also, Dotz, Sie haben gerade gesagt, dass ich mich der Situation stellen und positiv und konzentriert bleiben muss, damit wir herausfinden können, was Ammy dazu gebracht hat, fremd zu gehen. Wir müssen herausfinden, was in unserer Ehe falsch läuft, sodass sie mich mehr als einmal mit anderen Männern betrogen hat. Richtig? Das ist richtig, Kleide. Sobald wir diese Gründe erkannt haben, können wir sie auf positive Weise angehen und den Prozess der Heilung und Wiederherstellung ihrer Beziehung beginnen. Du willst also sagen, dass es meine Schuld ist, dass sie eine untreue Ehrfrau ist? Diese Art von Sprache ist kontraproduktiv, Kleide. Und ja, bis zu einem gewissen Grad ist es deine Schuld. Frauen in glücklichen, erfüllenden Beziehungen begehen einfach keinen Ehrbruch. Ich warf ihr meinen besten ungläubigen Blick zu, den sie jedoch ignorierte. Es braucht zwei Menschen, damit eine Ehe stark ist und keiner der beiden Partner auf Abwege gerät. Wenn wir diese Probleme erkennen, können wir sie angehen und haben eine bessere Chance, Loyalität, Vertrauen und Harmonie zu gewährleisten. Ich war einen Moment lang verblüfft, dachte darüber nach und sagte schließlich leise, ich nenne es Blödsinn. Wie bitte? fragte der verlegene Arzt. Blödsinn? Ein heimtückischer Trick, der speziell für einen versteckten Zweck eingesetzt wird. Ich weiß, was dieses Wort bedeutet, Kleide. Ich verstehe nur nicht, warum du glaubst, dass hier irgendein Blödsinn vor sich geht. Ja, zunächst einmal weigert sich meine untreue Frau, die behauptet, unsere Ehe reparieren zu wollen, eine Ehe, die sie kaputt gemacht hat, an dieser Diskussion teilzunehmen. Es gibt zwar Menschen, die an dieser Ehe arbeiten, aber sie ist nicht einer von ihnen. Und zweitens halten sie es für angemessen, mich für ihr ausschweifendes Verhalten verantwortlich zu machen. M. Erwartkings, halten sie den Mund, Dotz. Das ist mein Geld und ich werde das Sagen haben. Wenn es in unserer Ehe Probleme gäbe, wäre es angemessen, wenn meine liebende Frau mir davon erzählen würde, damit wir daran arbeiten können, meinen sie nicht auch? Sie nickte und sah ein wenig verlegen aus. Wenn sie sich also entschließen würde, einen proaktiven, gesunden Ansatz zu wählen und mit mir über ihre Probleme und ihren Wunsch zu sprechen, diese Probleme in unserer Ehe zu lösen, und ich sie ignorieren oder mich weigern würde, die Probleme anzuerkennen, dann wäre ich natürlich schuldig und verantwortlich für meinen Beitrag zum Fortbestehen der Probleme in unserer Ehe. Aber wenn das der Fall war, dann war ihre Reaktion, es entweder zu akzeptieren oder nicht und zu entscheiden, ob sie die Beziehung verlassen oder weiter versuchen wollte, sie zum Funktionieren zu bringen. Das tat sie nicht. Soweit ich weiß, war sie nicht unglücklich. Ich bin kein Heiliger, aber sie hat nie mit mir über Unzufriedenheit mit irgendeinem Aspekt unserer Ehe gesprochen, der es rechtfertigen würde, die Ehe zu torpedieren. Nein, Dotz, wenn sie unglücklich oder unzufrieden mit unserer Ehe war, dann hat sie mich durch ihre Handlungen vollständig von dieser Verantwortung befreit. Sie ist selbst schuld, und deine Versuche, die Schuld auf mich abzuwälzen, sind Blödsinn, und ich werde sie nicht akzeptieren. Kleide, wenn du nicht in der Lage bist, deinen Teil der Verantwortung zu übernehmen, dann garantiere ich dir, dass eure Ehe das nicht überleben wird. Langsam streckte ich mich in meinem Stuhl, dann stand ich auf und ging zur Tür. Ich denke, wir sind fertig, DR Karens. Wenn Sie uns weiterhin helfen möchten, hinterlassen Sie mir bitte vor der nächsten Sitzung eine Nachricht, in der Sie mir erklären, warum ich mich bemühen sollte. Unser gemeinsames Leben war unauffällig und gewöhnlich. Amü und ich sind seit 20 Jahren verheiratet. Wir lernten uns im ersten Studienjahr am College kennen, gingen aber nicht sofort miteinander aus, weil wir zu diesem Zeitpunkt beide in ernsthaften Beziehungen mit anderen waren. Während unseres ersten Studienjahres trafen wir uns jedoch zufällig auf einer Party und entdeckten, dass keiner von uns in einer ernsthaften Beziehung war, und wir fingen schnell an, uns zu verabreden. Nach ein paar Monaten wollte ich eine feste Beziehung eingehen, aber Amü lehnte ab. Ich schaute sie an, bedankte mich bei ihr für die vergangenen Monate und wünschte ihr ein glückliches Leben. Sie war verwirrt. Kleide, warte, was ist los? Willst du damit sagen, wenn ich eine exklusive Beziehung ablehne, dann ist es aus zwischen uns? Ja, Amü, das ist richtig. Ich suche einen langfristigen Partner, nicht einen Sexpartner, den ich teilen muss. Wenn du es nicht bist, dann will ich frei sein und mir andere suchen, um das zu finden, was ich suche. Aber du kannst dich mit anderen verabreden. Kleide, ich verstehe das nicht. Warum sollten wir aufhören, uns zu treffen, nur damit du dich mit anderen verabreden kannst? Wir haben Spaß zusammen und haben tollen Sex. Ich treffe mich mit ein paar Jungs und möchte trotzdem Zeit mit dir verbringen. Es steht dir frei, das Gleiche zu tun und wenn du jemand Besonderen findest, mit dem du eine ernsthafte Beziehung führen willst, werde ich dir nicht im Weg stehen. Ich dachte, ich hätte sie schon gefunden, Amü. Es tut mir leid, dass ich deine und meine Zeit verschwendet habe. Auf Wiedersehen. Danach ging ich nicht mehr mit Amü aus und verbrachte den Rest meines Juniorjahres mit anderen. Manchmal sind wir uns auf Partys über den Weg gelaufen, aber ich habe nie mit ihr gesprochen, geschweige denn sie angerufen. In meinem letzten Schuljahr ging ich mit einer schönen Asiatin aus und dachte ernsthaft über eine Heirat nach. Als sie mir erzählte, dass sie an einer Graduiertenschule im Ausland angenommen worden war und innerhalb einer Woche nach ihrem Abschluss abreisen würde, war sie so glücklich, dass ich mich nicht überwinden konnte, ihr zu sagen, was ich fühlte. Also schluckte ich meinen Verletzten stolz herunter und half ihr beim Feiern. Allmählich begann ich, mich von ihr zu entfernen, aber sie schien es nicht zu bemerken oder, um ganz ehrlich zu sein, es war ihr egal. Eine Woche nach der Abschlussfeier verließ sie mich. Ich erhielt noch gelegentlich Briefe von ihr, aber das war das Ende der Affäre. Nach meinem Universitätsabschluss bekam ich eine Stelle bei einem großen Softwareentwicklungsunternehmen und begann meine Karriere. Ich verdiente gutes Geld und nach zwei Jahren bot man mir an, dem Vertriebsteam beizutreten. Ich begann in der Entwicklungsabteilung zu arbeiten, aber man entdeckte schnell, dass ich einer der wenigen Entwickler war, denen man bei der Arbeit mit Kunden vertrauen konnte. Ich wurde schnell zum Projektmanager für die Implementierung und zum Präsalsassistenten für unsere Kundenbetreuer, deren technische und gleichzeitig persönliche Unterstützung benötigt wurde. Letztendlich entschied die Vertriebsleiterin, dass ich wahrscheinlich im Vertrieb erfolgreich sein würde, und sie hatte Recht. In meinem ersten Jahr im Vertrieb erfüllte ich 121% meiner Krote, was mir ein beträchtliches Steuereinnahmen ermöglichte. Ich war glücklich in meinem Job, besaß eine schöne, gehobene Wohnung, fuhr ein neues Auto und lebte im Allgemeinen das Leben eines alleinstehenden Mannes ohne jegliche Verpflichtungen. Ich ging aus, hatte Ex und war unglücklich. Ich wollte eine Beziehung jemanden, mit dem ich meinen Erfolg und mein Leben teilen konnte. Nach zwei erfolgreichen Jahren im Vertrieb traf ich Ami zufällig wieder. Sie arbeitete als Junior-Einkäuferin für das Unternehmen, bei dem ich eine Präsentation hielt, und gehörte zu dem Team, das unsere Lösung und unser Angebot bewertete. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fingen an, uns zu verabreden, und es schien, als wäre Ami dieses Mal bereit, sich zu binden, und wollte eine exklusive Beziehung. Sie schien sich verändert zu haben, und die Chemie stimmte immer noch, also stimmte ich zu. 18 Monate später haben wir geheiratet. Zwei Jahre später brachte Ami unseren Sohn Peter zur Welt, aber leider wurde ihr gesagt, dass sie kein weiteres Kind wolle. Wir waren am Bodens erstört, aber wir waren froh, dass wir wenigstens Peter hatten und beschlossen, mit unserem Leben weiterzumachen. Ich unterzog mich einer Vasektomie, und wir machten weiter, wobei wir unsere Ehe, einander, unseren Sohn und unsere Karrieren zu schätzen wussten. Nachdem Pate zum College gegangen war, gab es zwischen Ami und mir einige Reibereien. Sie war wortkarg zu mir und schien dazu zu neigen, dort zu sein, wo ich nicht war. Unser einst lebhaftes Sexualleben hatte sich auf fast nichts mehr reduziert, und ich begann, mir Gedanken über Ami zu machen. Sie arbeitete viel und war überhaupt nicht nett zu mir. Ich habe noch nie Probleme ignoriert, also beauftragte ich einen Privatdetektiv, um herauszufinden, was vor sich ging. Was dann geschah, führte uns zu diesem Punkt. M. Erwartkins, hier spricht der Karens. Ich glaube, ich verstehe Ihre Enttäuschung nach unserer letzten Sitzung und möchte Ihnen versichern, dass ich bereit bin, Ihnen und Ami zu helfen. Ich mache Sie wirklich nicht für Ihre Entscheidungen und Handlungen verantwortlich. Ich glaube, dass es in Ihrer Ehe zwangsläufig zu Rissen kommen musste, aber ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dass es uns vor allem darum geht, wie Ami damit umgeht. Bitte verstehen Sie, dass ich möchte, dass Sie beide gestärkt sind, wenn das alles vorbei ist. Ich möchte, dass ihr euch von dem Schmerz erholt, den sie euch zugefügt hat, und dass ich euch beiden helfe, mit eurer neuen Realität zurechtzukommen, was auch immer das sein mag. Bitte geben Sie mich Ami oder Ihre Ehe nicht auf. Ich hoffe aufrichtig, dass wir uns morgen bei unserer Sitzung wiedersehen. Ich wollte wirklich eine Antwort auf meine Frage, und da Ami gerade bei einem Freund wohnte und wir nicht miteinander sprachen, dachte ich, was soll's, ich werde Dotz noch eine Chance geben. Außerdem könnte ich wegen Missachtung des Gerichts belangt werden, wenn ich mich weigerte, mitzumachen, und in diesem Fall müsste ich die Sitzungen von vorne beginnen. Seid ihr beide intim gewesen, seit das alles angefangen hat. Ich starrte Ami an, die seit unserer letzten Sitzung weder ihren Stuhl noch ihre Position zu verlassen schien. Ich wartete einen Moment, bevor ich antwortete, nein, Dotz, wir hatten keine Intimität, wobei ich immer noch Ami ansah, die sich hartnäckig weigerte, mich oder den Berater anzuschauen. Und warum Kleide? Dotz fragte, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich kurz unterbreche und mich direkt an Ami wende? Sie schaute misstrauisch, stimmte aber zu. Ami, sind Sie hier, um mitzumachen oder nicht? Es scheint so, als ob ich die ganze harte Arbeit hier mache. Und soweit ich weiß, bin ich nicht diejenige, die gelogen und betrogen hat. Ich habe das nicht gewollt. Sie haben es getan. Entweder du trittst vor, oder ich beende das hier sofort. Ich. Äh, ja, ich. Das heißt, es tut mir leid. Ich werde versuchen mehr. Ja, ich werde teilnehmen, antwortete Amu schließlich. Okay, super. Der Dotz will wissen, warum wir keinen Sex haben. Warum beantwortest du nicht diese Frage, und dann werde ich alles klären, was du brauchst, sagte ich. Sicherlich. Tut mir leid. Nun, Kleide will nicht mit mir reden, und ich wohne im Moment bei einem Freund, also haben wir keine andere Wahl. Und. Und. Ich wurde nicht auf Krankheiten getestet, stammelte Ami. Und ich habe noch einmal nachgefragt, und Kleide sagt, Intimität sei im Moment nichts für ihn, stellte ich klar. Das ist nicht genau das, was ich gesagt habe. Aber es ist natürlich weniger bunt, fügte ich hinzu. Dotz. Haben Sie eine Ahnung, wie oft ich im Laufe der Jahre die Gelegenheit hatte, außerehrlich ins Ex zu haben? Warf ich ein. Oh nein, wie könnte ich? antwortete Dotz. Aber ich kann davon ausgehen, dass sie mehr als genug Gelegenheiten hatten. Sie sind ein sehr attraktiver, fitter, erfolgreicher Mann, also kann ich davon ausgehen, dass es viele solcher Gelegenheiten gab, fuhr Dotz fort. Ich habe ihr zugezwinkert, und sie ist leicht errötet. Verdammt richtig, und sie sind immer noch. Nehm, ich habe hier ein Problem, Dotz. Sehen Sie, wenn wir die absolute Unehrlichkeit und Amis Egoismus beiseite lassen, und was das mit meiner Liebe und Anziehung für sie gemacht hat, kann ich aus drei Gründen nicht mit ihr intim sein. Erstens möchte ich niemals den Eindruck erwecken, dass ich mit ihrem Verhalten einverstanden bin. Wenn ich mit ihr intim geworden wäre, bevor wir unsere Ehe vollzogen haben, hätte ich das Gefühl, dass ich ihre Untreue akzeptiere, was ich nicht tue. Zweitens weigere ich mich, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Ich habe keine Ahnung, ob sie sexuell übertragbare Krankheiten hat. Gleichzeitig kicherte ich, schließlich muss ich die Waage halten. Bis jetzt habe ich jeden abgewiesen, der kam, wenn sie das Wortspiel verzeihen. Ich glaubte an das Gelübde, das wir abgelegt hatten, und respektierte und liebte meine Frau so sehr, dass ich sie nicht verletzen oder ihre Gesundheit oder unsere Beziehung gefährden wollte. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte sie die Gelegenheit ergriffen, fünf verschiedene Zauberstäbe mehrmals auszuprobieren, und damit ich das Gefühl habe, dass die Waage im Gleichgewicht ist, muss ich die gleiche Gelegenheit haben, zu sehen, was andere Frauen mir zu bieten haben. Hier geht es nicht um Rache, Dotz. Das ist nur ein glückliches Nebenprodukt. Nein, es geht um Gleichheit, Fairness und Ausgewogenheit. Würden Sie nicht auch sagen, dass dies wichtige Faktoren sind, um unsere Ehe zu retten? Erklärte ich. Amit zitterte, und der Karens kaute an der Innenseite ihrer Wange, während sie über ihre Antwort nachdachte. Fünf flüsterte sie. Ich begann mit diesem Paar ungeduldig zu werden. Dotz, wie viele Sitzungen hat uns das Gericht noch verordnet? Fragte ich. Sie sah mich kurz an und überlegte, ob sie das Thema wechseln sollte. Nun mal sehen. Das Gericht hat vier weitere Sitzungen angeordnet, Kleide. Gut, ich möchte Sie fragen, ob Sie glauben, dass wir in den nächsten vier Sitzungen so viel erreichen können, dass ich meinen Scheidungsantrag zurückziehen kann. Fragte ich Ami. Sie seufzte. Ich drehte mich um und sah sie an. Ami, ich werde so ehrlich wie möglich zu dir sein. Die einzige Hoffnung, und damit will ich nicht sagen, dass ich für irgendetwas garantiere, aber die einzige Hoffnung für mich, die Scheidung aufzugeben, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. M. Erwartkins, ich dachte, ich hätte Ihnen erklärt, wie verheerend das sein würde. Wir haben noch vier Sitzungen, und ich denke, begann der Doktor. Danke, Doktor. Ich bin mir Ihrer Gedanken zu diesem Thema bewusst, unterbrach ich. Ami, ich wiederhole meine Frage von letzter Woche. Wenn ich das Gefühl habe, dass die einzige Möglichkeit für uns, die Ehe aufrecht zu erhalten, darin besteht, dass ich mit fünf verschiedenen Frauen schlafe, was würdest du dann tun? Wirst du das Gefühl haben, dass du nicht länger mit mir verheiratet bleiben kannst und die Scheidung zulassen, oder wirst du sie akzeptieren? Keine Antwort, nur schlochzen. Nach einigen unangenehmen Momenten schaltete ich wieder auf der Karens um. Als wir vor ein paar Sitzungen zum ersten Mal in dieses Büro kamen, die Erkarens, was war ihrer Meinung nach das Wichtigste für eine erfolgreiche Beratung? Fragte ich. Ehrlichkeit. Ihr müsst beide vollkommen ehrlich zu mir und zueinander sein, wenn wir etwas erreichen wollen, antwortete sie. Und was denkst du, Beverly? War ich ehrlich zu Ihnen? Ihre Augen weiteten sich ein wenig, als ich ihren Namen nannte. Ja, ich kann sagen, dass ich das Gefühl habe, dass du vollkommen ehrlich zu mir warst, Kleide. Ich danke dir. Und können Sie sagen, dass Sie dasselbe über Oeltelt Fightful denken? Sie blickte nachdenklich zu Amü, die sich etwas weniger wohlfühlte. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich diese Frage beantworten kann, antwortete der Erkarens und schaute Amü an. Sie haben während dieser Sitzungen nicht viel gesprochen und wenn ich darüber nachdenke, muss ich mich fragen. Ja, ich auch. Würde es dich überraschen, zu erfahren, dass Amü mich immer noch betrügt, Beverly? Dass der Freund, mit dem sie zusammenlebt, ihr neuer Liebhaber ist? Ich unterbrach sie. Amü kauerte auf dem Stuhl und begann leise zu schlochzen. Der Karens sah verärgert aus. Was sind die Mindestanforderungen, um die verbleibenden Sitzungen zur Zufriedenheit des Gerichts zu absolvieren, Beverly? Ja, entschuldigen Sie. Was, ey, nun, ja, ich kann jederzeit vor Gericht gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass es keinen Sinn hat, die Sitzungen fortzusetzen. Und was empfehlen Sie? Fragte ich und lächelte. Sie betrachtete mein Gesicht einen Moment lang aufmerksam und dann breitete sich ein kleines, aufrichtiges Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Sie sah mir direkt in die Augen und antwortete, ich werde dem Gericht sofort mitteilen, dass ich empfehle, die Sitzungen abzubrechen und ihnen die Scheidung zu gewähren. Amü begann zu zittern und zu schluchzen. Danke, sagte ich und reichte ihr die Hand. Rufen Sie mich an, wenn unser Fall abgeschlossen ist. Ich wünschte, du wärst mein Erster, funkelten ihre Augen, als Amü in Ohnmacht fiel. Verlass dich drauf, Kleide.